5 Wege, wie du generell in deinem Leben fitter und leistungsfähiger werden kannst. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Weiß und ich möchte mit euch heute 5 Themen durchsprechen, die dir dabei helfen werden, dass du wirklich fit in den Tag startest, dass du wirklich auch Lust auf den Tag hast und dass du auch wirklich während des Tages nicht irgendwie super müde bist und deine To-Dos nicht erledigen wirst und so weiter. Wir starten auch direkt jetzt hier in das Video rein. Wenn du generell mehr solche Videos haben möchtest, dann schreib das gerne unten einmal in die Kommentare. Abonnier spätestens jetzt hier diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Like dieses Video, wenn du solche Videos feierst und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt rein. Punkt Nummer 1 ist die Motivation. Was treibt dich jeden Morgen an, um wirklich aufzustehen? Das heißt, wenn du generell einen Job hast, der dich nicht erfüllt, wenn du generell etwas machst, was dir keinen Spaß macht und so weiter, dann kannst du die Tipps, die ich jetzt gleich nennen werde, alle natürlich anwenden, aber du wirst niemals diese Grundmotivation haben, um wirklich morgens aufzustehen. Das heißt, wenn du wirklich einen Job hast, den du nicht magst, dann solltest du darüber nachdenken, vielleicht diesen Job zu kündigen oder zu wechseln, denn die meisten Leute denken immer, sie können keinen Job kündigen, sie können nicht wechseln, aber wenn sie mal darüber nachdenken, okay, was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann, dann ist es meistens auch gar nicht so schlimm, mal ein gewisses Risiko einzugehen, um wirklich auch langfristig im Leben glücklich zu werden. Deswegen schau, dass du wirklich diese Grundmotivation hast, auch wenn du vielleicht mal deinen Job wechseln musst oder dein Umfeld wechseln musst. Punkt Nummer zwei ist dann natürlich der Schlaf. Du solltest darauf achten, dass du ungefähr sechs bis acht Stunden Schlaf bekommst und auch hier solltest du darauf achten, dass du wirklich einen sehr, sehr guten und tiefen Schlaf bekommst. Deswegen, was ich dir als Tipp geben kann, ist generell, dass du wirklich in einem sehr, sehr kalten Raum schläfst, in einem Raum, der wirklich ruhig ist und dunkel ist und als kleiner Tipp, nimm einfach mal vor dem Schlafengehen Magnesium, denn selbst Studien haben mittlerweile ergeben, dass man durch Magnesium einen tieferen Schlaf hat, dass man besser regeneriert und dementsprechend kannst du dann am nächsten Tag auch viel, viel fitter wieder aufstehen. Punkt Nummer drei ist Sport und ja, ich weiß auch während der aktuellen Zeit, es ist sehr, sehr schwierig Sport zu betreiben, manchmal haben die Fitnessstudios nicht auf, man hat keine Lust auf Homesport und so weiter, aber ihr solltet euch dort einfach eine gewisse Routine einbauen. Ich habe mir zum Beispiel einfach ein Cardio-Bike bestellt und ich mache jetzt zum Beispiel einfach jeden Morgen oder sagen wir mal jeden zweiten Morgen einfach 30 Minuten Cardio auf diesem Bike, erledige schon mal in der Früh die ersten To-Dos, lese ein Buch, höre mir ein Hörbuch an und so weiter. Deswegen schau, dass du Sport einfach wirklich in deine Routine mit einbaust und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, circa drei bis fünf Mal pro Woche mindestens eine Stunde Sport zu machen. Punkt Nummer vier ist das Thema Nährung und ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, was du essen sollst und so weiter. Ich denke, das ist eigentlich jedem klar, aber was du auf jeden Fall mal probieren kannst, ist weniger Mahlzeiten zu essen, also maximal drei Mahlzeiten zu essen. Ich würde aber sogar dorthin tendieren, wirklich nur zwei Mahlzeiten zu essen. Wenn du wirklich nur mittags und abends isst, wirst du sehen, du wirst nicht so unglaublich müde sein unter dem Tag, wenn du dir irgendwie am Nachmittag noch einen Kuchen reinziehst oder einen Schokokroissant reinziehst oder sonst was oder wenn du morgens schon deine Nutella Pfannkuchen isst und so weiter, dann wirst du dementsprechend auch natürlich den ganzen Tag über wirklich sehr, sehr müde sein. Deswegen schau, dass du wirklich weniger Mahlzeiten isst und ein Tipp von mir ist, trink wirklich viel Wasser. Du solltest wirklich viel Wasser trinken. Als kleiner Tipp so generell, den ihr machen könnt, immer wenn ihr aufs Klo geht, direkt wieder eine Wasserflasche nehmen und das erste, was ihr macht, wenn ihr auf euren Arbeitsplatz wieder seid, direkt wieder ein Glas trinken und direkt wieder Wasser trinken, sodass ihr wirklich immer schön viel Wasser intus habt. Und Punkt Nummer 5, um wirklich leistungsfähig zu sein, ist generell, Routinen mit einzubauen in den Tag. Also schaut wirklich, dass ihr eine gewisse Morgenroutine habt, schaut wirklich, dass ihr eine gewisse Routine habt mit Mittagessen, Abendessen, Sportroutinen, Arbeitsroutinen und so weiter, dass nicht wirklich jeder Tag im Endeffekt anders ist. Dann werdet ihr auch viel, viel leistungsfähiger, viel, viel strukturierter sein. Und das waren eigentlich auch schon hier diese 5 Tipps. Deswegen schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ist dein Tipp, um wirklich morgens aufzustehen und wach zu sein? Was ist dein Tipp, um wirklich leistungsfähiger zu werden? Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Abonnier spätestens jetzt in diesen Kanal, damit du auch nichts mehr verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einfach einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns auch direkt im nächsten Video. Bis dahin, dein Max. Ciao.